ok machst du schaffst du ja schaffe ich aber bist du ganz oben mann ich bin ego ja ja das ist hier scheißegal sein können jetzt geht die türen auf wie sieht hier los mann im break 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 hä ich glaube wir haben sogar hä was mit der tür es dauert ein bisschen zu lange warte aber ich glaube wir haben nummer eins nicht gemacht fack ich habe keine amor ich sterbe mischt es ist immer so ego ist ja toll ego aber gehalten mich ob auch wo hat es gerade scheiße glück nun das der tippe ach danke man teleportiert ist doch einfach war hat mich doch er hat mich zufrieden und vertreten ja ich meine ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich geschafft glaube ich mach halt noch mal probier 1 aktivieren oder erst an bestimmten zeit geht es auf keine ahnung ich bin tot ja wir sind sicher du kannst dich einfach runter teleportieren dann kannst du mich retten fikt im dorthin hat darunter alter nicht ist es nicht so scheiße ego gar in der frühen runde liegen gelassen da springe ich jetzt das ja aber ich konnte teleportieren weil die ganze bis nach oben kommen ja auch nee ey ohne Mist nein nein ja ich werde auch die ganze zeit liegen gelassen ja wie denn auch wenn man sich das teleportieren kann ich habe nicht mal probiert zu retten ich kapier's doch endlich nicht mal nein ohne Mist nein wo rennst du hin wo schlägt wie schnell hast du es geschafft eine sekunde hatte gebraucht um wieder zu spawnen was soll das bin tot ist jetzt so scheiße wisst ihr das warum wir jetzt auf einmal weil jeder zwei umgammelt jetzt schon vor euch nach oben gehen können ich weiß nicht wo er ist alter ganz unten ich 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 müssen uns oben oder wo bist du ich bin ganz oben ich blöde mich hin das sind die zockt ist was die kommen erst abguck mal hinten vielleicht kommt er welchen nein doch doch ganz oben spawnen auch welche es spielt die brauchen voll lange die zum lief ja viel spaß ich bin mal kurz ich mir kurz ein monster ich kann schon mal die hasch papi wenn was rauskommt ja die bulldog ich kann schon mal die hier ist ich habe sie gepannt anfangs das soll ich auch so wohl doch kriegst mit komisch jetzt wieder hoch um da hinten hinten muss ich mir genutzt ja das kommt davon das sind Löcher drin du musst mich davor laufen dann wieder hochlaufen ha geil sorry ich kann nicht ich muss auch noch mal ja ja nerven dass ihr mir nie richtig erklärt was ich machen muss da vorne sagt mir gar nichts ich bin gerade eben erst wieder gekommen ich spiel bock nicht alter wenn man da nicht wiederbeleben kann ist übel scheiße da kann man wiederbeleben wenn man nicht sich teleportiert für was sind sonst die Teleporter da muss man einfach mal Teamspielen machen und nicht so aber sobald wir alle sobald wir alle hier oben sind 5 minuten 5 minuten? ja ich brauche noch eine Sekunde nicht verarschen was ist los bitte er labert nur er labert nur ey beide seite schon wieder hoch und da passt doch oah punkte uuh nachladen bin tot ey Leute nur weil ich unten geblieben bin ja entschuldigung was willst du machen wenn du hier unten spawnen würdest wenn du spawnen würdest wenn du spawnen würdest und dann äh soll ich tue das? ne ne was würdest du tun da kann ich ja nichts dafür wenn ich auf einmal hier unten spawnen weder danach ja da konnten wir aber echt nichts machen ich würde erst mal ich würde erst mal ich würde erst mal einen Penis in den Arsch schieben lassen dann so laut schreiten das das würde ich jetzt mal machen ich bin dort wirklich ja viel Spaß kann ich noch noch brauchen wie lange braucht ihr es? ne also wir zwei bis spawnen wahrscheinlich zur gleichen Zeit als in 5 Minuten ne 5 Minuten 40 noch ne ne ich ja 5 Minuten nur wenn du es jetzt verkackst ey das ist so einfach ohne Pbis ab ich es alleine schaff ey ne nur die spawnen hinter dir ja ja die kommen über das Gittert da gesprungen na das ist schwul ne das wäre es nicht so einfach denn wenn du da auf die Leiter gehst nach vorne da kommen die nicht von hinten als Tipp naja bei mir sind die nämlich nicht von hinten gekommen was ist das für ne Waffe anfangs Waffe anfangs Waffe gepuncht oh die will ich auch die nicht da ne holl ne ne vier Minuten oh ja ja jetzt ich mit es so warte ich habe dieses äh sound da ich dachte schon die Sp ibm in der Mitte ey ich bin die Sponder er hat als ich mich nicht im Ding scheiße kann ich kein Lieder machen die 6 bis zu starten ich hab das einfach nur von in der Mitte gelegt ich glaube nicht dass er das ist das hier sporn ich glaube das glitzt noch drei Minuten 40 erst wenn es drei Minuten 40 werden schaffst du nicht oh ihr seid wieder da geil holt euch Jugga und dann läuft das Ding die spawnen in der Mitte Tatsache aber nur manchmal break break ich will mir Jugga das geht so lang ich kann die anfangs Waffe gar nicht punchen ich kann die Waffe gar nicht punchen die anfangs Waffe ja es punch ist Max Ammo geil ja super ich komme hier nicht durch ich komme hier nicht durch oh hatte ich gerade einen scheiß Glück Mann Alter man kann hier nichts mehr machen man kommt gar nicht mehr man kommt nicht mal hoch das geht einfach nicht okay ich habe einen Plan nicht schießen nicht schießen Junge nicht schießen erstmal alle unten ansammeln dann können wir auch wieder gemütlich hochlaufen also Leute erstmal logisch nachdecken man muss immer erst alle unten ansammeln ich habe Glück gewaltt ich habe Glück gewaltt ich habe Glück gewaltt ich bin tot ich bin tot ich bin tot wir müssen einmal kurz ich kannst runter springen ja warte wir müssen erst alle kurz hier ansammeln keinen töten und dann können wir gemütlich hochlaufen okay so laufen wir ja let's run bis alle hier unten sind bis alle hier unten sind wir sind gleichzeitig hochlaufen ne und los komm jetzt komm wann spawnst du wieder 8 Minuten 20 na jetzt mal ehrlich 1,44 okay dann dann lassen wir dich Render Weapon und Speedcool in 200 Sekunden ja dann gehen wir nochmal runter okay du hast gar kein Geld mal ja ja hat man Junker geschauft ah Speedcooler muss noch frei werden ja ups random aber das sind auch guck wir machen das einfach so ähm wenn du unten wenn du unten speeder spawnst tun wir oben so gut wie tot äh keine mehr töten jetzt sammelnst du die einfach an dann kannst du auch hochlaufen okay warte mal 2000 2.000 ist nicht das christmas special ist oder oder so ist das ein christmas special ne oh los ne oah alter was hast du für ne waffe man perfekt ich mach mir kurz ein paar punkte ne hm mach das mal ich ich versuch von granaten runter zu werfen es ist unmöglich sie bleibt es geht nicht komm du auch mal auf die treppe dann spawns vielleicht oben nicht mehr öffne ich öffne ich ich guck nur noch von oben die spawnen bei mir da nicht bist du wieder da ne 10 sekunden ich werde es aber eh nicht überleben also doch schaffst du dann gehen wir zwei einfach runter komm nach oben komm nach oben ne aber erst wenn du dir sicher bist dass wirklich alle unten sind bei dir also bei uns sind keine mehr du kannst jetzt hochlaufen ne doch wir retten dich wir ich hab äh irgendwie war vom jucker ja wir sind noch nicht alle unten ich hör die doch noch überall jetzt ne noch nicht jetzt ja jetzt bin ich tot wegen dem scheiß alter warte soll grad hochlaufen jetzt noch nicht nein nein warte 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 nicht töten nicht töten nicht töten nicht töten ich ich rette ihn 3 2 1 jetzt rette ich ihn ich werde einfach rum mit dem weiter mit dem zum Beispiel okay okay alles tut es ist klappt doch ich weiß nicht was euer Problem ist ja da kommt es aber krug wie wir wollen okay wir sammeln jetzt unten wieder an ich sammle jetzt unten wieder an hier auf lasse alle unten erst mal wieder ansammeln ja ich muss ja wie lange gebraucht denn bitte hier okay wir gehen was du gehst schon hoch hm mhm ich werde es aber eh wieder nicht schaffen die spawnen hier ja deswegen sollst du auch warten naja bin tot und irgendeiner killte die ganze zeit jetzt höre ich sie halt einfach hier bei mir und jetzt ja du musst halt warten weißt du bist ja wirklich alle da sind es waren ja alle da aber einer killt die ganze zeit die ganze zeit noch kurz erstmal paar punkte hier das macht keinen Bock mal doch mal nein doch macht schon ja weil du die ganze zeit oben kämpft und egal was ist was wir unten machen deswegen macht ihr spaß ich mach nur meinen job ah junge das ist doch nicht so ego ohne Mist das ist ein team spiel anstatt dass du dich auch mal theoretisch oder so tue ich hm ich hab's gemerkt wie soll ich da bitte hochkommen ohne Waffen wenn irgendeiner die ganze Zeit killt es geht ja nicht ich hab sie für gar nicht ich soll ich reinschießen nein ich konnte wie kommt so ist denn leer ich kann den nicht punchen warum nee das ist ja weil du hast genug Geld aber die geht nicht so manche gehen einfach nicht was ist die PPSA ja ne Chi ist doch schon gepuncht kann ich das wissen oh nice steht auf der kosten oder nicht ab ja ich